So gut, dann hat uns die kleine hessige Guste erstmal ein schönes Gerd wieder hier. Dann gucken wir mal weiter hier. So genau, hier hat er sich ja übergeben. Hm, was ist das, die Elevator, das ist eigentlich nicht korrekt, das dürfte man so nicht machen. Ihr wisst ganz genau, Flussungsrettungswege niemals die Aufzüge benutzen. Never ever, es verbindet. Oh, aber wir müssen mal schauen, okay, wir gucken erstmal, was haben wir hier. Jemand hat die Inhalte rausgenommen oder mitgenommen. Ähm, okay, ja, schau, schau, schau. Dann hüpfen wir mal hier rein. Alles. Okay, das krieg ich so erstmal nicht auf. Sehr vertrauenserweckend. Ah, Mann, 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 Mann. Hallo, der Sicherungskasten. Ja, toll. Okay. Wo ist es? Oh. Die Brücke. Ist es auf der Brücke? Okay, okay, okay. Hm? Vielleicht funktioniert er noch. Wie, ja. Mhm. Mhm. Wie, dann? Wie, dann? Iiii. So ein bisschen ehensmäßig. Hoffentlich schaffe ich es noch. Okay. Und das ist weg. Oh! Haha. Hör auf, Emily! Oh, ey Mist, Göbe. Verdammte Halluzination. Ja, ne, so Halluzination. Wo ist sie? So eine große Halluzination war es jetzt nicht, wenn wir jetzt hier irgendwie Verbrennung am Arm haben. Oder eine Hermatome, wenn man es nimmt. Wo ist das? Bombe mit Fernseher. Ne, mal, das klingt aber auch wie so ein Liter Bottich-Orangensaft erstmal. Wenn er die Dinger aufnimmt. Okay, okay, okay. Die Käpt'ns-Kajüte. Wird einmal der Name? Der Kreuzschlüssel. Mhm, so, so. Karte des Schiffs. Nehmen wir natürlich auch mit. Uh, hello, hello. Wir brauchen anscheinend einen Schlüssel dafür. Schade, das ist aber natürlich... Ja, die wollen wir auf jeden Fall haben. Die macht bestimmt Spaß. Achso, was haben wir denn noch hier irgendwie? Wo noch irgendwelche Krauter und so einen Scheiß versteckt? Nö. Die Tür des Grauen, ey. Schießpulver. Nehmen wir... Oh, fuck. Tja. Aber wie kommt jetzt bitte so ein Tanker in so einen Sumpf, ne? Irgendwie, also... Da muss er schon mal ein ordentlicher Hurricane gewesen sein. Oh, shit. Oh, fuck. Er hat sich so ausgezerrt. Scheiße. Oh, da war hier. Uh, versteckt. So, okay. Jetzt ört' nichts. Hier noch irgendwas. Nope. Tja, gut. Dann haben wir hier alles. Dann machen wir nochmal die Tür hier an. Achso, das war ja die Kettenskabine. Ja, der Kapitän. Mo Kapitän. So, und hier vorne. Momente mal. Momente mal. Ach, Gott. Die Messer kinnischt. Schade. Ist immer so ein bisschen blöder für eine Patrone zu benutzen irgendwie. Oder zu verschwenden, aber... Kann ich das jetzt hier wegschieben? Das sieht jetzt ein bisschen aus wie Gasbehälter oder so Druckausgleichsbehälter. Ich denke mal auf Schießen und dann springen. Oder? Nee, glaube ich nicht. Einmal Kraut bitte. So, dann gehen wir doch mal zum Paarstuhl. Oh, wird's jetzt da? Krass. Runterspringen? Echt? Uh, Damage. Oh, und das doch nicht. So, jetzt würde ich mal probieren. Hier, diesen. Oh, mit diesem. Oh, mit diesem. Oh, mit diesem. It works. It works, baby. So. Bitte? Okay. Okay. Das Kabel ist komplett durchgeschmort. Aha. Ja. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, damit mussten wir schon etwas auf der Krankenstation 3F reparieren. Du musst Dr. Dr. Verdell danach fragen. Ah, die brauchen mich unten im Maschinenraum Nummer 2, aber ich kann nicht runter gehen, bevor wir das Teil nicht wieder in Gang bekommen. Dwayne. 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 Ah, hier fehlt eine Sicherung, die wir nicht haben. Und hier fehlt ebenfalls die Sicherung, die wir nicht haben. Oder Kabel, ne? Die werden dann näher fehlen. Tja, jetzt ist unten sehr schön. Ich würde mal sagen, wir klettern erstmal hoch. Oh, Moment. Oh, Moment. Messer immer gut. Messer immer gut. 2F. Hoppala, hoppala. Das Gästezimmer. Ich könnte mal im Gästezimmer nachschauen. Oh, shit. Oh, shit. Ein Etzmittel. Super, das nehmen wir. Ja. Ja, Evie ist oben. Hier nochmal einen Zettel. Abteilung für Spezialeinsätze. Leiter Alan Draney und Fürsorgon Mia Winters. Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Evelyn, sollte sie in ihrem gegenwärtigen Ort verbleiben, von den Gegnern gestohlen wurde. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Ja, naja. Die Befehle bei unserer Seite werden sie... Ja, ich denke, das hatten wir schon mal. Ja, 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 hatten wir schon mal. Zubikowski. Okay. Die kommen mal hier rein erstmal. So, das ist dieses luminöse Mittel. Das kann man nicht benutzen. Tja, okay. Okay, ansonsten... Okay. Er ist weg. Alter, da haben eine Menge Bomben mit Fernzünder. Ich muss nicht erzählen. Ich muss nicht erzählen. Ouh! Du! So, jetzt erstmal die Frage, jetzt proben wir mal. So, das war kein Fehler. Ja, das sieht sie. Ja, hier kannst du auch mit dem Schrober nichts mehr reißen, hier glaube ich. Ja, oh Gott, alles zifft, alles zifft. Backofen ist auch nichts mehr zu holen. Oh, shit, komm mal hier rein, ja, hier kommen wir rein, oh, it's safe, it's safe. Ja, wir wollen mal zumachen, wa? So, aber wir haben noch keine Kombination, lässt sich nicht öffnen. Okay, 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 okay. Kann das wirklich so einfach sein? Ja, ist wirklich mal so einfach, großartig. Oh, wunderbar, drei Ätzmittel, na bitte, warum sieht der Typer ab? Ja, schön, hier wächst schon das Heilkraut aus der Couch. Okay. Okay. So, mal schön zulassen hier, oh nein. So, ich würde gerne nochmal die Mannschaftskabüten nochmal nachschauen. ganz leise. Ganz leise. aus, Freunde. Bomber, man, wahnsinnig viele Bomben. Also, versteht mich nicht falsch, ich will mich nicht beschweren, aber, oh, hallo, Schrank? Oh, jawoll, jawoll, jawoll. Allerdings komme ich jetzt nicht mehr zur Karmite hoch, ne? Ne, scheiße. So, wenn ich gerade richtig geguckt habe. Genau, eine starke Chemikalie haben wir gefunden, wunderbar. Und Rechtsmittel. Hm? Okay. Oh, muss ich wirklich einen Clinch mit hinnehmen? Oh, fuck! Okay, cool, 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 cool. Zwei Schuss. Nicht so cool. Sechzehzehner seid ihr und älter von Romosili? Ja, ba! Allein die überleben wir nur noch. Ja, da kannst du aber sicher sein. Okay, vielleicht sollte ich jetzt doch mal ganz schnell einen kleinen Mix machen. Gibt's denn hier irgendwas? Oh, ne, nicht wie an der Mikrowelle öffnen. Oh! Da sagt doch nicht, ne. Okay. Okay. Zwei. Zwei Schuss und... Zwei Schuss und... Zwei Schuss. 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 Hey! Das nehmen wir alles mit. Das nehmen wir alles mit. Das auch. Oh, ein Giedrich. Wunderbar. Haben wir noch Platz im Inventary? Ja, vier Stück. Das geht noch. Echt jetzt? Wo kann ich da... Ah, scheiße. Gehörst du da Luft nach draußen? Nee. Okay. Steht da vorne. Gehen wir jetzt aber nicht mehr rein. Ähm... Okay, wir können jetzt noch runterspringen, ne? In die untere Etage. Mal, wo komme ich jetzt nicht, oder? Nee. Weiter nach oben kann ich ja nicht... Oder doch! Boah, das ist vielleicht ganz schön... Wiese Geräusche hier. Ja, hier ist der komplett ramponierte Laptop, mit dem wir das Video aufgenommen haben. Ja, hier geht's jetzt mal rein. Ach. antike münze man die bringt mir doch hier genauso viel flüssige chemikalie ist auch ganz gut schießpulver wunderbar gleich mal neues schießpulver machen wie oft noch können wir ein trinkspiel draus machen jetzt mal wenn ich es verkacke irgendwie gegenstatt zu kombinieren und dafür das menü zu mache und wie könnt ihr eintrinken klingt doch alles nicht besonders vertrauenswürdig irgendwie ok 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 duschraum krankenstation 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 ähm pa 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 ok Oh, scheiße. Oh, nee. Oh, nee. Ja, ne ja ne ja ne. Oh, nice, nice. Also, richtig, äh, wie passiert da gleich? Scheiße, Dexito, komm. Ich wechsle mal auf die etwas bessere Munition. Wie passiert da gleich irgendwas? Dexito, komm. Oh! Warten, warten, warten. Oh, nice. Oh, er kotzt. Oh! Oh! Ist jetzt mit. Oh, er kotzt damit voll. Oh! 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 Oh, nee. Oh, yeah. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020